So, hallo, herzlich willkommen, mein Lieben, zu einer neuen Pilates-Stunde. Ich hoffe, ihr seid wieder motiviert und habt Lust, ein bisschen Pilates zu machen. Wir fangen heute am Stehen an und dafür nimmst du dir mal deine Matte und stellst dich an eine Seite von deiner Matte. Stellst dich ganz hinten an deinen Anfang der Matte und ziehst alle Zehenspitzen nochmal schön hoch, willst die Zehen ganz weit fächern und schön breit und satt auf die Matte anstellen. Okay, du stehst, ziehst deine Schulter nach hinten und tief, ziehst schon mal dein Powerhouse hoch und atmest erst mal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Komm erst mal hier an, fahr ein bisschen runter, Knie sind ganz leicht soft und du ziehst deine Brust, öffnest du schon mal ganz stolz zum Himmel. Okay. Du willst deine Hände einmal verklickern und fängst unten einmal an. Du atmest durch die Nase ein. Ausatmen, ganz bock. Einatmen, zur Decke. Ausatmen, geh in den Leichen-Squad. Einatmen. Ausatmen, ausatmen, und einatmen. Und ausatmen, leichtes Aufwärmen, um erst mal ein bisschen reinzukommen. Schön hier oben, Katzenbucken. Einatmen. Und ausatmen, großer Armkreis. Einatmen. Ausatmen, durch die Nase ein und ausatmen. Einatmen, einatmen, und aus. Bleib hier ganz fest aufrecht stehen. Einatmen, zur Decke. Aus. Einatmen. Und aus. Einatmen. Jetzt verändern wir die Übung ein bisschen. Du atmest ein. Willst dich auf den Stuhl setzen. Ausatmen. Zieh die Schultern schön tief. Einatmen, zur Decke. Öffne dich ein bisschen. Ausatmen. Zurück. Einatmen. Setz dich auf den Stuhl. Wenn du hier stehst, halt deinen Kopf schön in Verlängerung der Wirbelsäule. Achte darauf, dass deine Knie Richtung Füße zeigen, dass du kein O und kein X machst, sondern schön sehen deine Knie und deine Hüfte, dass die eine Linie bilden. Bleib hier oben. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Einatmen, zur Decke. Ausatmen, zurück. Einatmen. Auf den Stuhl. Aus. Einatmen, hoch. Aus. Einer Runde noch. Einatmen. Aus. Setz dich auf den Stuhl. Einatmen, zur Decke. Und aus. Jetzt atmest du nochmal ein. Und kommst mal in den Stuhl. Hände nimmst du mal rechts und links hier neben dem Körper. Du kannst deine Zehenspitzen vorne abheben. Das Gewicht ist nämlich hinten auf den Fersen, dass du nicht hier vorne stehst, sondern eher zurück. Bleib hier. Dreh nochmal den Daumen zur Decke. Atme ein. Ausatmen. Rotier ein bisschen auf die Seite. Einatmen, zurück. Ausatmen, wechseln. Einatmen, zurück. Ist dir das zu schwer, nimmst du die Arme hier. Einatmen, ausatmen und drehen. Einatmen, zurück. Ausatmen, drehen. Einatmen, zurück. Achte mal hier schön auf deine Lendenwürbelsäule, dass du nicht im Ruhkreuz hängst, sondern ganz fest hier vorne gegen hältst. Ausatmen. Ausatmen, einatmen. Einatmen. Und Atme ein. Und aus. Schön. Komm nochmal in den Tisch oder hier in den Stuhl. Zähne Stuhl. Arme nimmst du hier hinten zurück. Schulterbläder schön kneifen. Und du willst wie diese kleinen Handlitz hier nach hinten pumpen. Ganz klein. Atme weiter. Kopf in Verlängerung deiner Würbelsäule. Zieh dich hier schön nach oben. Jawohl. Okay. Halte noch die letzten vier, drei, zwei und eins. Richte dich auf. Okay. Jetzt hast du richtig schön deine Oberschenkel gemerkt. Zieh Kinn auf die Brust. Rollen Wirbel für Wirbel ein. Hier Bauch. Zieh fest nach innen. Bleib unten mal locker. Und rollen Wirbel für Wirbel wieder auf. Okay. Wenn du stehst, stolze Brust. Immer ehrlich die Brust zum Himmel. Einatmen. Ausatmen. Kinn auf die Brust. Zieh dich lang und roll dich Wirbel für Wirbel ein. Hier unten kannst du auch beide Beine, ist dir der Stretch zu viel, kannst du beide Beine auch beugen. Dann bleibst du hier. Und rollen Wirbel für Wirbel wieder auf. Schön Mobilität in deine Wirbelsäule reinbringen. Okay. Okay. Einatmen. Und aus. Rollen Wirbel für Wirbel ab. Der letzte. Und rollen auf. Okay. Jetzt geht die Übung weiter. Du rollst Wirbel für Wirbel ab. Bis deine Hände in den Boden rumwirken. Mist hier nochmal schön in den Stretch. Riechen nach. Jetzt tapfst du mit deinen Händen nach vorne. Und kommst schon mal in ein schönes Brett. Okay. Und zwar ziehst du deine Ellbogen schön nach innen. Schulterblende zusammen. Achte da drauf, dass du hier nicht durchhängst. Hab eine Linie. Popo auch nicht zur Decke. Ist dir das Brenn zu schwer, kommst du auf beide Knie. Bleib hier. Okay. Atme. Bleib hier. Oder auch die schwere Position. Jetzt kommst du hier ins V. Krabbelst mit den Händen zurück an deine Füße. Und zieh dich nochmal in den Full Stretch. Und roll Böbel für Böbel ab. Okay. Jetzt kombinieren wir die Übung ein bisschen. Du holst dir deine Luft. Einatmen. Aus. Einatmen zur Decke. Ausatmen. Tiefen. Einatmen. Jetzt kommst du in den Stuhl. Ausatmen. Schön. Oberschenkel spüren. Einatmen zur Decke. Ausatmen. Zurück. Einatmen. Komm in den Stuhl. Bleib hier. Okay. Daumen. Dreh zur Decke. Atme ein. Ausatmen. Drehen. Einatmen. Zurück. Ausatmen. Drehen. Einatmen. Zurück. Einatmen zur Decke. Ausatmen. Zurück. Kinn auf die Brust rollen. Wirbel für Wirbel ab. Hände auf den Boden. Tanz nach vorne ins schöne Brett. Und dreh die Arme ein. Steh fest. Atme hier. Schön atmen. Komm auf die Knie, wenn dir die Position zu schwer ist. Achte drauf, dass deine Schulter über deinem Handgelenken ist. Probier aus, was deine Variante ist. Das ist die leichte Form. Hier hast du die Schwere. Atme in deinem Lager. Kämpf noch ein bisschen. Popo zur Decke. Und tappst mit den Händen. Habe Körperspannen. Du gehst hier nicht nach rechts und legst, sondern nur in die Hände. Zieh dich in den Full Stretch. Und roll den Wirbel für den Boden. Heute kommen wir etwas in den Pilates Flow. Geh nach unten. Hol dir die Luft rein. Einatmen. Aus. Einatmen. Schulter tief. Ausatmen. Nochmal einatmen. Komm in den Stuhl. Ausatmen. Einatmen zur Decke. Ausatmen. Zurück. Einatmen. Komm in den Stuhl. Aus. Dreh den Daumen nach oben. Atme ein. Ausatmen. Schau hier. Deine Hüfte, Knie bleiben in der Front nach vorn. All die Bände zurück. Und ausatmen. Rotation. Einatmen zurück. Und ein. Und atme tief. Nimm den Kinn auf die Brust. Und roll den Wirbel für Wirbel ab. Und tipps nach vorne. Komm in das schöne Brett. Volle Körperspannung. Alle Muskeln brauchst du hier. Zieh deinen Bauchnagel an die Wirbelsäule. Beckenboden ist nach unten fest. Halt dich schwach. Geh auf beide Knie, wenn es dir zu schwer ist. Atmen. Okay. Leg beide Knie an. Du willst einen engen Push machen, bis du den Bauchnagel legst. Machst du dir Zeit. Okay. Füße lang. Hände sind unter der Schulter. Ellbogen sind ganz eng am Knapp. Du kommst in den Swarm. Und zwar einatmen. Und aus. Komm hier hoch. Ein. Zurück. Und aus. Kleine Bewegung hier. Und Schultern ganz weit weg von den Ohren. Und komm hoch. Und zurück. Und einmal. Hier hoch. Versuch das aus den Rückenmuskeln. Und nicht aus deinen Händen. Okay. Stirn kannst du ablegen. Jetzt kommen beide Beine hoch. Und beide Beine hoch. Langsam wieder zurück. Und beide Beine hoch. Und langsam zurück. Einmal noch. Halt schön das Becken hier fest. Du musst dein Becken aufrichten. Und schützt deine Lendenblumen zu einem. Und beide Beine hoch. Du liegst fast nur auf dem Schambein und auf deinen Hüftklauen. Okay. Jetzt wechseln wir einmal hier zurück. Langsam zurück. Und beide Beine hoch. Und langsam zurück. Und langsam zurück. Und Oberkörper. Ausatmen. Ausatmen. Und ein. Und aus. Und ein. Okay. Mit Kraft drückst du dich jetzt hier auf die Knie hoch. So. Jetzt bist du wieder hier in deinem Brett. Komm in die schwere Position. Und halt hier hoch. Und zur Decke. Tags mit den Füßen zurück. Full Stretch. Und rollen. Wirbel für Wirbel ab. Okay. Von vorne. Ruhe dir die Luft. Einatmen. Aus. Einatmen. Zur Decke. Aus. Einatmen. Komm an den Stuhl. Aus. Einatmen. Zur Decke. Stolz im Brust. Aus. Einatmen. Komm noch mal. In den Stuhl. Ausatmen. Einatmen. Geh mal hier tiefer. Ausatmen. Dreh. Und schau durch deine Arme. Oder leichtere Variante. Einatmen. Zurück. Ausatmen. Einatmen. Zurück. Und zur Decke. Und aus. Geh auf die Brust. Rollen. Wirbel für Wirbel ab. Ausatmen. Taps mit deinen Händen nach vorne. Komm in das schöne Brett. Bleib hier. Atme kurz. Halt die ganze Körpersprache. Komm auf beide Knie. Und langsam. Man pusht. Ellbogen ganz eng am Körper. Okay. Lange Füße. Einatmen. Ausatmen. Und schau. Einatmen. Zurück. Ausatmen. Beine. Beine hoch. Einatmen. Zurück. Und jetzt mach hier deine Mitte ganz fest. Puscho. Und bleib hier. Füße aufstellen. Komm ins Brett. Popo zur Decke. Und taps an die Hände zurück. Lass den Kopf noch mal hängen. Genieß die Pause. Lass den Kopf in die Hände zurück. Und räume. Befinde nach. Eine Runde schaffen wir noch. Letzte versprochen. Hol dir die Luft. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Und einatmen. Komm ins Stuhl. Ausatmen. Tief spür deine Oberschenkel. Einatmen. Zur Decke. Ausatmen. Zurück. Einatmen. Ausatmen. Stuhl. Einatmen. Dreh den Daumen zur Decke. Schultern noch mal tief. Leichte Position. Ausatmen. Rotation. Gehe hier nicht weg. Ein schön in der Mitte. Einatmen. Aus. Einatmen. Und komm dabei hoch. Und aus. Kinn auf die Brust. Rollen Wirbel für Wirbel ab. Taps mit deinen Händen nach vorne. Komm ins Brett. Bleib hier. Ja. Du hast deine Schulter, die Hüfte, Knie, Fersen. Haben eine Schräglinie. Wenn du magst, Knie ab. Trizepsbutsch. Komm ganz eng hier runter. Legt dann erst Brust, Oberkörper ab. Füße lang. Und Sworn. Komm hier hoch. Jetzt steigen wir die einmal. Und zurück. Beide Beine kommen hoch. Und zurück. Du kannst das kombinieren, indem du uns, die Übung heißt, Sworn Diving. Indem du hier hoch kommst. Und zack. Hupp. Zack. Hupp. Ganz knapp. Jawohl. Du bist wie ein Bogen. Ja. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und die Schultern weg von den Ohren. Okay. Leg langsam an. Und letzte Mal. Busch hoch auf die Knie. Und komm einmal ins Schritt. Legt den Kopf mal ab. Und atme mal durch. Legt die Hände unter die Schultern. Und rollt Wirbel für Wirbel ab. Okay. Sehr schön. Du setzt dich einmal in den Langsatz. Mach es heute woanders rum. Setz dich ruhig hier vorne. Noch ein bisschen weiter an die Kante. Setz dich hier nochmal. In der Reihe auf deine Sitzbeinhöcke. Spür die Hunde. Das Material hier unten zur Seite. Dass du richtig deine Sitzbeinhöcke spürst. Arme kommen nach vorne. Powerhouse ist fest. Und du rollst erst mal Wirbel für Wirbel langsam ab in die Rücken. Okay. Einatmen, komm hoch zur Decke. Ausatmen, komm jetzt hoch. Wahnsinn. Auf die Sitzbeinnecke. Einatmen, hoch. Spine Stretch-ups. Genieß hier wirklich von deinem Scheibe über den Rücken bis runter ins Steißbein. Reißbein. Sitz. Wichtig, dass du hier schön gerade sitzt. Einatmen. Aus. Einatmen. Zurück. Und aus. Jetzt bleibst du mit den Armen hier unten. Legst die Arme an. Okay. Nimmst dein rechtes Bein und das linke Bein zur Decke. Schau, dass du schöne, lange Beine hast. Arme bleiben hier unten. Du ziehst das Powerhouse ganz fest. Atmest ein. Ausatmen. Geh ein bisschen hier in die Richtung. Einatmen in die Mitte zurück. Ausatmen. Langsam. Einatmen. Mitte zurück. Und. Wenn du weiter kannst, kannst du weitergehen. Bist du hier in der kleinen Bewegung, ist das auch okay? Zieh dein Powerhouse nach innen. Und langsam. Und zurück. Okay. Einmal noch. Und zurück. Und jetzt legst du ganz langsam, wenn du kannst, die Beine ab. Langsam. Halte gegen, halte gegen, halte gegen. Immer noch spannend. Einatmen zur Decke. Ausatmen. Komm hoch. Einatmen hoch. Ausatmen. Spannstritt. Einatmen. Und zum Decke. Ausatmen zurück. Leg die Hände ab. Zieh mit Kraft. Entweder beide Beine nacheinander hoch. rollen. Roll oberen. Du ziehst hier rüber. Beine öffnen. Roll langsam zurück. Langsam. Wirbel für Wirbel. Beine schließen. Und langsam senkst du ab. Beine öffnen. Okay. Arme zur Decke. Arme an. Ausatmen. Komm hoch. Einatmen. Sitzt ganz gerade. Ausatmen. Leg dich über den großen Ball. Einatmen. Zurück. Ausatmen. Langsam. Wirbel für Wirbel ab. Sind dir beide Beine zu schwer? Entweder nimmst du aus ganzer Kraft beide Beine mit hoch. Oder von hier nimmst du wieder ein Bein, zwei Beine. Und zieh dich rüber. Beine öffnen. Roll langsam. Wirbel für Wirbel zurück. Beine schließen. Und entweder ein Bein ablegen. Und das zweite Bein. Oder du schaffst beide. Einatmen. Zur Decke. Aus. Komm hoch. Einatmen. Und ausatmen. Stitch. Einatmen. Zurück. Ausatmen. Roll langsam an. Oh. Zieh von hier. Beine Beine hoch. Und roll oben. Beine öffnen. Langsam. Wirbel für Wirbel zurück. Okay. Beine schließen. Und langsam ablegen. Eine letzte Runde. Schatten wir noch. Halt schön deinen Rücken gehen. Einatmen. Zur Decke. Ausatmen. Festes Papphaus. Einatmen. Hoch. Ausatmen. Bein stretchen. Einatmen zurück. Und ausatmen. Zieh beide Beine hoch. Oder nacheinander. Die leichte Variante. Wenn du nicht ganz so rüber kommst, reicht auch hier die Spannung im unteren Bauch. Ja. Oder du ziehst du mal her. Öffnen. Rollen. Wirbel für Wirbel zurück. Und Beine schließen. Und langsam ab. Okay. Lass mal einmal locker. Stell mal deine Beine auf. Ruhig ein bisschen weiter. Ungefähr an den matten Rand. Arme mal rechts und links zur Seite. Und du rollst einfach mal mit den Beinen nach rechts und links. Im Wechsel ganz locker. Einfach die Hüftgelenke. Hüftgelenke. Spannung. Alles mal rauslassen. Okay. Die letzte Runde noch. Okay. Dann kommst du mal ins Paket. Und ziehst mal die Knie hier ganz eng ran. Und öffnest die Beine mal. Und wieder in die Mitte mal ranziehen. Kopf ablegen. Und in die Mitte öffnen. In den Stretch. Und schließen. Kleines Paket. Ablehn. Und zieh mal wirklich deine Beine auseinander. Spür den Stretch an den Inseiten deiner Oberschelle. Und nochmal eng. Und nochmal öffnen. Okay. Beine zusammen. Arme kommen an den Hinterkopf. Und du machst den Oberkörper nicht zu hoher. Okay. Criss Cross. Du ziehst überkreuz. Rüberatmest aus. Einatmen. Mitte zurück. Ausatmen. Wechseln. Einatmen. Mitte zurück. Halt den Bauch flach. Ausatmen. Einatmen. Zurück. Aus. Hör. Aus. Und zocken. Ausatmen. Über die Seite. Einatmen. So. Zieh die Schultern. Bein vom Boden hoch. Ausatmen. Und einatmen. Zieh das Bein aus dem Hüftgelenk. Ganz weit raus. Genau. Geh in die Länge. Und einatmen. Wenn du magst, kannst du ein bisschen Tempo machen. Du atmest ein und aus. Ein und aus. Und. Zieh den Bauch fest nach innen. Noch zwei. Der letzte. Okay. Komm ins Paket. Und leg ab. Okay. Arme, Beine noch mal lang rausstrecken. Ganz locker liegen. Wenn du magst, ziehst du dich mal in die Länge. Dann kannst du dich so ein bisschen recken und strecken. Und einfach mal locker lassen. Jetzt darfst du mal ganz tief in den Bauch einatmen. Und aus. Aus. Einatmen. Und aus. Stell deine Beine noch mal auf. Die Arme nimmst du in Seitenlage ein bisschen tiefer als 90 Grad. Füße sind zusammen, ganz dicht ans Gesäß. Und du nimmst beide Beine auf die Seite. Und Kopf geht in die andere Richtung. Ganz locker liegen bleiben. Einfach die Spannung rausnehmen. Ein, zwei Atemzüge hier bleiben. Und dann wechselst du diese Hände. Komm über die Mitte. Einmal auf die andere Seite. Kopf wechselt mit. Immer in die Gegenrichtung deiner Beine. Im besten Fall legst du den Handrücken auf. Dann nehmen sich deine Schultern nämlich nochmal etwas mehr ab. Und die Brust öffnet sich. Jawohl. Einmal ein und aus. Ganz tief in den Bauch kannst du jetzt. Nase ein und aus. Komm langsam nochmal in die Mitte zurück. Zieh die Knie nochmal rein. Die Hände legst du auf deine Knie. Und du kreist nochmal in eine Richtung. Ganz sanft. Fängst klein an und wirst immer etwas größer. Und dann wechselst du mal diese Hände. Andere Richtung. Okay. Dann bleibst du in der Mitte. Nimmst dir ein Bein. Du wirst einmal Schwung. Kommst nochmal in die Wandstellung. Und zwar guckst du nochmal, dass deine Hände unter der Schulter sind. Und wir haben ja auch viel für den oberen Rücken heute gemacht. Deswegen nimmst du die rechte Hand und schiebst die unter der linken nochmal durch. Und willst die Schulter ablegen. Und schiebst dich nochmal richtig so auf die rechte Schulter drauf. Atmest oben ganz tief in die Schulterblätter ein. Und aus. Versuchst mal ganz viel Länge und ganz viel Platz in den oberen Rücken zu bringen. Und dann drückst du dich hoch. Und kommst in die Mitte zurück. Kommst nochmal einmal hier. Mach dich mal ganz rund. Und gerade zurück. Und nochmal rund. Und gerade zurück. Einmal noch rund. Kommt auf Hände. Und gerade zurück. Dann nimmst du deine linke Hand durch die rechte durch. Schiebst dich nochmal schön hier rüber. Oben in die Schulterblätter. Da willst du einatmen. Ganz viel Platz schaffen. Nochmal einatmen. Und aus. Und dann drückst du dich hoch. Und kommst nochmal ins Child. Und ziehst du die Arme nochmal ganz lang nach vorne raus. Wenn du kannst, stellst du die Stirn ab. Und kommst nochmal ins Rollup. Komm hier hoch. Hexenbucke. Gerade rüber. Schieb zurück. Und einatmen hoch. Und ausatmen zurück. Einatmen hoch. Und ausatmen zurück. Dann machst du noch zwei Runden. Einatmen. Und aus. Letzte. Einatmen. Und aus. Okay. Dann kommst du, stellst vorne deine Füße auf. Und kommst nochmal hier oben ins V. Schieb mal wirklich dein Gesäß richtig schön raus. Deine Fersen wollen unten den Boden berühren. Jawohl. Spür mal hier richtig schön die Wadendehnung. Und dein Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Du willst hier dein Steißbein, das willst du raus zum Himmel schieben. Jawohl. Und spür mal nur die Dehnung und mein Finger. Ein- und ausatmen. Jeder Ausatmung kannst du noch ein bisschen nachdrücken. Wenn du das ausatmen kannst, natürlich. Tappst mit den Händen an die Füße. Zieh dich nochmal in den Full Stretch. Tappst die Nase an die Knie an. Wander mal nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. Und nach links. Letzte Runde. Kommt fängt. In der Mitte noch mal beide Knie beugen. Und rolle Wirbel für Wirbel auf. Okay. Du atmest durch die Nase ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und dann habt ihr heute wieder eine Stunde Pilates geschafft. Dankeschön fürs Mitmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder vielleicht ja auch schon im Studio. Und dann live hier im Club. Vielleicht. Wir werden es sehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.